Ich habe hier schon mein Praktikum gemacht und die Leute waren mir sehr sympathisch, ich habe mich sehr wohl gefühlt und wurde sehr gut aufgenommen. Für mich war ein Highlight der Einführungslehrgang, der geht so drei Wochen ganz am Anfang der Ausbildung. Das sind dann so Wirtschaftslehre, Arbeitsrecht, Bürowirtschaft zum Beispiel und dann generell allgemein über die Bundesbank noch und das fand ich auch sehr schön. Und dann durften wir auch an Projekten teilnehmen, zum Beispiel wie das Social-Media-Projekt. Da konnten wir das Auswahlverfahren nochmal durch Spielen auf Video aufnehmen, wie das halt so abläuft. Dann zum Beispiel durften wir am Ende des Einführungslehrgangs nochmal einen Ausflug alleine planen und dann am Ende nochmal durchführen, was ich auch sehr, sehr schön fand. Am meisten freue ich mich auf meine Wahlqualifikation. Ich habe ganz am Anfang der Ausbildung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement gewählt. Und da bin ich schon sehr aufgeregt, was da auf mich zukommt und wo ich alles rein schluppern werde. Also ich liebe es, es war schon immer so, privat auch Veranstaltungen zu planen und generell finde ich das auch sehr interessant mit der Öffentlichkeitsarbeit, was da alles so passiert und freue mich da schon sehr drauf. An der Berufsschule haben wir Blockunterricht. Das sind dann so zum Beispiel drei Wochen oder sechs Wochen, je nachdem. Und dann wechselt man immer zwischen Berufsschule und Betrieb und man hat da so auch Wirtschaftslehre als Fächer oder Rechnungswesen. Dann auch noch zum Beispiel Religion und Ethik, dann noch POVI und Deutsch. Ich finde Personalmanagement sehr interessant. Da war ich auch schon und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich da nochmal reinschnuppern kann. Wir haben zum Beispiel Englischseminare, Kommunikationsseminare und das finde ich auch sehr gut, dass abwechslungsreich ist. Dann wird es auch nicht so langweilig, dass es halt dann immer so eintönig ist, sondern halt wie gesagt, dass man halt auch die Leute aus der Ausbildung immer wieder sieht. Das ist dann, finde ich persönlich sehr schön.